Grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass ich bei ARRI in einem Laden bin, wo man seltsame Fragen gerne stellen lässt. ARRI MEDIA INTERNATIONAL SALES Willkommen bei ARRI MEDIA INTERNATIONAL SALES. Wir sind nicht nur eine Kamera-Manufacturer, wir sind auch eine internationale Sales Agent. Wir beenden alle wichtigen Filmfestivals weltweit. Wir sind in Markets wie Berlin Film Festival, wir sind in Cannes Film Festival im Mai. Und wir gehen auch in den amerikanischen Filmmarket im November. Bitte besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie zu sehen. Ich habe mit ganz vielen Firmen gearbeitet hier in Deutschland. Und da ist aufgefallen, dass ARRI eine ganz eigene Kultur hat. Wenn man dann so in eine ganz familiäre Situation kommt und sogar auch da Freunde macht und mit denen auch zusammenlebt in der Stadt, das finde ich eigentlich großartig. Und das ist ARRI meines Erachtens einzigartig. Wir sind alle halt am Filmemachen interessiert. Es ist irgendwie so eine inhaltliche Dimension, die ich immer sehr geliebt habe in der Zusammenarbeit. Wir sind alle örtlich und auch da Freunde. Wie seid ihr? Ich bin auch. Wir sind heute irgendwann ...